Musik Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Hier spricht Dombio, der Herrscher im Inneren des Dämoniums. Unserer Großgeisterbahn zum besonderen Erlebnis Gruseln über vier Etagen auf höchstem Mitteln. Spannung und Spaß Mit leifhaftiger Unterhaltung wird euch, ihr Humanoiden, im Inneren dieser weltweit einmaligen und größten transportablen Geisterbahn in bester Qualität präsentiert. Ich hoffe, dass das so richtig gruselig ist und ich weiß, es sind auch echte Menschen und sowas dabei. Eine Reise durch das Dämonium verspricht keinem Gewaltverherrlichung. Keine ekelregenden Szenarien. Nein. Dennoch werden ganz besondere Varianten der Gruselunterhaltung in unserem Dark Ride ausgeführt. Die Gruselunterhaltung sind in der Herzen. Undinnen, die zum Beispiel. Die Gruselunterhaltung ist in der Land. In der вам, die Verhältnisse der Gruselunterhaltung Copräshof. War gut? Ja. Sowohl im Fahrablauf sitzend in der Gondel, als auch im Erlebniseinklang von Hören, Sehen und Fühlen mit weiteren, auch manchmal sehr lebendigen Geistern, erzeuge ich ein schauriges Gruseln mit einer speziellen Biertür, konfigurierten Licht- und Elektroniksteuerung in Zusammenarbeit mit all meinen Ghost-Kollegen auf ihrem Festplatz. Ha, ha, ha. Das Mio Mio ist spitze. Bei uns sind alle Altersklassen zum Gruseln herzlich willkommen. Das Erschrecken wird individuell auf das Alter der Fahrgäste ausgeführt. Hierzu stehen bei Bedarf immer sieben Züge mit je vier Gondeln bereit. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ich lasse keine nicht. Unsere Profis warten in dieser weltweit einmalige Anlage, um gemeinsam mit euch den Weg ins Ungewisse zu erleben. Das Dämonium besteht aus rund 200 Tonnen Stahl, 20.000 Einzelteilen und vielen technischen Sonderdetails, die wir für euch mit einer logistischen Meisterleistung mittels unserer 20 Fahrzeuge zu den Volksfesten transportieren, um dort auf- und abgebaut zu werden. Hammer! Supergeil! Super! 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 Das war echt voll gruselig! Das war echt! Ich hab mich so erschrockt! Die Zähne drin! Jetzt hinein zum Gruseln und Grauen auf höchstem Niveau. Dämonium. Das Dämonium ist spitze! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.